Die Edit-Tools sind die Standard-Werkzeuge von Pro Tools. Da man sie ständig verwendet, ist ein schneller und geübter Umgang von großem Vorteil. Die Zoom-Buttons ermöglichen bei Audio- und Midi-Tracks das vertikale und horizontale Herein- und Herauszoomen. Als Shortcuts können R und T für das horizontale Rein- und Herauszoomen verwendet werden. Auf der oberen rechten Seite des Edit-Window sind für das vertikale Zoomen zusätzlich zwei Buttons für Audio- und Midi-Tracks. Um eine bestimmte Zoom-Ansicht in einem Track auszuwählen, wird der Zoomer benutzt. Dieser kann, indem man auf den Zoomer-Button klickt, zwischen Normal-Zoom und Single-Zoom verwendet werden. Keep moving on, S.E.T.